In diesem Video zeige ich dir die sechs wichtigsten Merkmale von Berichten. Die findest du ja überall, zum Beispiel als Unfallbericht, Zeitungsbericht, Reisebericht, Protokoll oder Zeugenaussage. Ich bin Uta von Lernförderung. Lass uns loslegen. Berichte kommen sehr häufig vor und du wirst auch in der Schule bestimmt Berichte schreiben müssen. Es handelt sich dabei um eine der vielen Textsorten, die du an ganz bestimmten Merkmalen erkennen kannst. Lass uns das mal genauer ansehen. Merkmal Nummer 1. Ein Bericht steht in der Vergangenheitsform. Das ist logisch. Warum? In einem Bericht wird ja immer, wie der Name schon sagt, über etwas berichtet, also muss es sich um ein Ereignis handeln, das bereits passiert ist. Sonst könnte darüber ja nicht berichtet werden. Zum Beispiel, in der Silvesternacht kam es in der Innenstadt zu drei Wohnungsbränden. Merkmal Nummer 2. Der Bericht ist immer sachlich. Was das genau bedeutet, kannst du in diesem Video hier erkennen. Du findest also in einem Bericht keine Gefühlsäußerungen, keine Spekulationen oder Vermutungen. Er enthält nur Fakten, die nachprüfbar sind. Das nennt man sachlich oder auch objektiv. Keine eigene Meinung. Zum Beispiel so. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, als er das Feuer löschen wollte. Merkmal Nummer 3. Der Bericht ist möglichst kurz, je nachdem, wie lang das Ereignis gewesen ist. Und er beantwortet die sieben W-Fragen sachlich und knapp. Wer, wann, was, wo, wie, warum und welche Folgen hat das Ereignis. Das könnte ganz knapp so aussehen. Ein junger Mann zündete gegen Mitternacht in der Herderstraße auf seinem Balkon eine Raketenbatterie. Dabei explodierte diese auf dem Balkon und verletzte den Mann schwer im Gesicht. Er befindet sich jetzt im Krankenhaus. Merkmal Nummer 4. Der Bericht enthält nur die wichtigsten Fakten. Überflüssige Informationen gehören nicht in einen Bericht. Zum Beispiel die Farbe der Blumen auf dem Balkon. Ebenso keine wörtliche Rede, keine Gefühlsausbrüche oder Spekulationen darüber, wie es weitergeht. Merkmal Nummer 5. Der Bericht hat eine klare Gliederung. Er hat eine Einleitung, wer, wo, wann, was, einen Hauptteil, wo das Ereignis geschildert wird und einen Schluss, da geht es meistens um die Folgen des Ereignisses. Am 31. Dezember erlitt ein junger Mann beim Feuerwerk auf seinem Balkon schwere Verletzungen. Das könnte die Einleitung sein. Nachdem er eine Feuerwerksbatterie auf einen Blumenkasten gestellt und angezündet hatte, kippte diese in seine Richtung und explodierte. Dabei, das ist der Hauptteil, hier kann es noch etwas weitergehen. Der Mann befindet sich noch in Behandlung. Das ist der Schluss. Also die Folgen des Ereignisses. Und dann gibt es noch ein sechstes Merkmal. Ein Bericht ist übersichtlich. Er ist natürlich klar gegliedert und sachlich. Klare Strukturen und passende Überschriften, eventuell auch Unterüberschriften, Tabellen, Grafiken und Zusammenfassungen können bei längeren Berichten für Klarheit sorgen. Zum Beispiel hier eine Grafik über die Entwicklung von Unfällen mit Feuerwerkskörpern in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Zusammenfassung 6 Merkmale eines Berichts Er steht in der Vergangenheitsform. Er ist sachlich informativ, möglichst kurz, er nennt nur Fakten, hat eine klare Gliederung und ist übersichtlich, zum Beispiel durch Grafiken oder Tabellen. Dieses Video ist von Lernförderung.de. Ich bin Uta und ich freue mich, wenn du dir noch viele weitere Videos von mir anschaust, weil dir dieses möglicherweise gefallen hat. Viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg in der Schule!